Muss ich es bis Donnerstag noch schaffen, da 3x10 zu haben? Dann werde ich ein reicher Mann, wenn ich das verkaufe. Mount Gordo? Gut. Mount Gordo. Das wissen wir doch, was ist. Hier wieder für die Freunde der gepflegten Aviatikaufnahmen. Haben wir wieder was? Ein Aviatik-Porno sozusagen. Ach, sieht das schön aus. Und die Musik, die hier die Handlung auf dem Höhepunkt treibt. Sicher aufpassen, dass ich nicht erwischt werde. Das war ein Heli-Überleb zum Beispiel. Und weg. Weg und weg und weg und weg und weg. Ein Meisterstück der Flugkunst wieder mal. Das gibt einen Oscar hier, diese Schnittszenen. Wenn schon die Handlung nicht spannend ist. So ist zumindest die Bilder schön. Aufpassen nicht, dass ich noch am Berg zerschelle. Und wie heisst der Berg? Und wie heisst der Berg? Mount Josiah genau. Das wäre sehr schade. Wäre sehr schade für den kleinen Charlie. Und wie heisst der Berg? Ja, ich bin nicht sicher. Ja, ich bin nicht sicher. Das ist jetzt zu wenig im Zentrum. Ich bin nicht sicher. Das ist jetzt zu wenig im Zentrum.